Willkommen bei Perlespotting. Das ist der Landeplatz bei Gugenthal am Fuße des Geisberg. Hier an der Bundesstraße und hier Richtung Süden. Da sieht man auch das Spitzerl vom Geisberg mit der riesengroßen Antenne. Ja, und auch diese Wiese hier ist wunderbar riesengroß. Diese Wiese gibt es noch gar nicht lang. Erst seit Anfang dieses Jahres wieder der uralte Landeplatz, der quasi zurückgewonnen wurde zum Landen. Eine superschöne Wiese. Nebenan, hier hinter den Bäumen und dem Schilf, da geht es weiter mit zwei großen Wiesen. Das war früher der Landeplatz, jetzt eben wieder hier. Hier kann man jetzt nicht so wirklich sagen, der Talwind kommt von da oder dort. Wir sind hier am äußersten Rand der Alpen und da wird der Wind eher von der überregionalen Windrichtung beeinflusst. Öfter kommt er doch hier so von Westen ganz leicht und dann fliegt man hier eine rechts landewaltige Gegenanflug an der Bundesstraße, dann hier im Querenflug leicht hangaufwärts und den Endanflug letztendlich wieder Richtung Westen hinein. Man hat hier auch direkt eine Bushaltestelle, mit der man mit dem Linienbus ungefähr alle 45 Minuten hinauf zum Geisberg fahren kann. Daneben sind einige Parkplätze. Ja, man kann auch mit dem Privatauto auf den Geisberg hinauffahren. Allerdings kann es gerade am Wochenende bei schönem Wetter vorkommen, dass die Straße dann gesperrt wird. Und auch zu Fuß kommt man wunderschön auf den Geisberg hinauf. Etwa 650 Höhenmeter. Also für richtig sportliche eine Stunde oder sonst gemütlicher eineinhalb Stunden vielleicht. Und so sieht der Fußweg hinauf zur Geisbergspitze ungefähr auf halbem Weg aus. Ein wirklich wunderschöner, sehr schattiger Weg, der hier durch den Wald recht effizient hinauf führt. Der Weg ist wunderbar beschrieben auf der Website des ersten Drachenflieger- und Paragleiter-Clubs Salzburg. Dort gibt es auch unglaublich viele sehr gut aufbereitete Infos zum gesamten Fluggelände Geisberg. Also ja, ich glaube, das ist eine der besten, wenn nicht die beste Fluggebietbeschreibung, die ich bisher auf einer Club-Website gefunden habe. Es gibt natürlich auch andere Clubs, die das sehr gut machen. Gerade hier in den Nordalpen, in den Südalpen, wo ich fliegerisch zu Hause bin, da sieht es oft anders aus. Aber natürlich gibt es auch dort Ausnahmen. Naja, langer Rede, kurzer Sinn. fly4fun.at ist wirklich eine super aufbereitete Website. Und daher möchte ich an dieser Stelle einmal vielen, vielen Dank sagen an die Betreiber dieser Seite, an den Flieger-Club hier in Salzburg. Wenn alle Webseiten so gemacht wären, dann wäre ich wahrscheinlich niemals auf die Idee gekommen, so etwas wie Paraspotting überhaupt ins Leben zu rufen. Also, großartig. Das macht einem das Fliegen und das Entdecken des Fluggebietes hier wirklich sehr, sehr einfach. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.